hallo und herzlich willkommen zurück in new orleans und diese laute musik gibt mir was auf den zeiger ist das so laut liebe güte oder kommen sie jetzt das lassen das kann ich mal das noch nicht ist die musik ist so laut so zurück zum spiel wir sind gable knight amateur detektiv amateur schriftsteller amateur buchhandel buchladen besitzer und haben uns ja in der letzten folge von madame moonbeam etwas vortanzen lassen und sind immer noch hier bei ihr fahre die luhr ich denke mal hier können wir nicht allzu viel machen hat mir denn eigentlich das gespräch jetzt komplett gable can see a way to use that das gespräch mit ihr schon alles abgeschlossen is you a few questions of course seeker na da ist noch was gelb aber sonst hatten wir das doch einfach alles johannes sagt noch mal was the significance of saint john's eve saint john's eve it is the greatest night of the voodoo year there is always a traditional conglaive on saint john's eve most of our voodoo churches these days hold functions in the church hall but in the old days they had ceremonies out in the wild they wore animal masks and had a huge bonfire and dancing i used to go when i was an apprentice sometimes in the swamp you know by saint john sometimes at the lake lake pontchartrain ich denke mal dass es wieder ein speicherfehler weil wir hatten das mit sicherheit alle schon hier gefragt absolut alles gewagt ich hoffe ich muss das jetzt nicht nochmal durchfragen snakes you mean like my beloved grim world she's a python you know quite deadly in the wrong hands i was train by one of the great voodoo queens to learn how to hypnotize and handle snakes das haben wir an sich alles definitiv schon durchgebracht ich hoffe jetzt ich wollte jetzt eigentlich nicht noch einmal alles durchgehen grimmwald hatten wir auch über die blöde schlange genau das war das ist ja blödsinnig also wenn ich jetzt die ganzen dinger nochmal kommen das hatten wir aber alle schon das zeigt mir hatten wir auch getan okay vergiss es ich will jetzt nicht noch alles nochmal neu machen wenn ich nicht muss könnten wir kommen jetzt nicht dran müssen erstmal ausgang nein hier drauf vielleicht könnten wir sie hier nochmal zu fragen darüber mag sie nicht sprechen vielleicht können wir hier mit ihr drüber sprechen hmmm do these symbols mean anything to you ah the voodoo code aha das hat uns jetzt nicht geholfen was haben wir denn noch in unserem tischlein im angebot was sie eventuellerweise die schlangen tätowierungen das hat uns nicht funktioniert das hat uns nicht funktioniert das hat uns nicht funktioniert das hat uns jetzt aber auch nicht wirklich geholfen so jetzt haben wir den voodoo code jetzt haben wir den voodoo code das ww in artikel brauchen wir nicht wolfgangsbrief brauchen wir auch nicht wolfgangsnummer das hat uns nicht geholfen vielleicht noch den schlangen armreif das hat uns nicht geholfen okay auch das gab nicht viel her ich glaube die krokodilmaske das radarbuch kann man doch zu dem artikel sie was fragen Nein können wir nicht zu den radertrommeln Nein können wir auch nicht so voodoo code sagt sie uns nicht das ww sagt sie uns auch nichts dramatisches zu Wollen Sie erschrecken? Wollen Sie etwas über Animal Masks wissen? Ja, aber wir benutzen sie noch nicht mehr. Es ist nicht so leicht, eine Message aus der Crystal Ball zu bekommen. Aber Sie würden es ja hier nicht zu Hause. Wollen Sie noch mehr Fragen? Sicherlich. Wollen Sie sicher, dass Sie das nicht für mich verwenden können? Wie gesagt, es ist ein sehr secretes Kode. Sicherlich, Sie können sehen, dass ich hier so viel lernen muss. Wie sollte ich ein Insider werden, wenn Sie mir nicht helfen? Das ist wahr, ich denke. Vielleicht, wenn die Loire Ihnen ihre Entschuldigung geben würde. Wie kann ich das bekommen? Durch meine Ask-the-Loire-Machine. Ah! Ein Spirits hat mich vor Jahren in einer Antike-Store. Und seine Begründung hat niemals verletzt. Ich glaube, es im Prinzip. Ich sehe. Die Spirits arbeiten oft in mysteriösen Wagen, Mr. Knight. Wenn Sie nicht fragen wollen. Nein, nein, ich werde fragen. Mal sehen Sie hier. Äh, Frage die... Was ist das? Was soll das sein? Was? Das war Vertrauen? 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 Vertrauen... Vertrauen? Vertrauen? vertraue ja jetzt erlebt er mich mal sprachlos überrascht was soll denn das ich muss ich mir echt mal aufschreiben hs es ist doch kein wort ihs snc dann f freigott sagt mir momentan als englisches wort auch nix staats das ist ja es J-A-S N-C-E Was ist das? Ed-Zeichen Feigold Okay Kann man die jetzt nochmal benutzen? If you think you can convince them to grant you their approval, of course Okay Hier unten, ah hier kann ich da auch noch was feststellen Oh Ähm, tja Das macht für mich irgendwie nicht so wirklich viel Sinn Weil ich keinerlei Ahnung habe, was soll ich denn hier reinschreiben? Gut, da denke ich, muss mir entweder eine Hilfestellung oder irgendwas Ich habe, vielleicht kommt auch da irgendwie ein Code rein Aber ich habe momentan noch absolut keine Ahnung Was ich hier fragen sollte Ne, mit dem Voodoo Code kann ich ja auch nichts anfangen Ja, da muss ich erstmal schauen Da sollten wir mal Zumindest muss ich jetzt hier mal irgendwie Über die Hinweise So Ah gut, super, toll Das hilft uns momentan mal überhaupt nichts Hoffentlich ist das nicht wieder so ein Ding, wo man dann wieder nur durch Zufall in irgendeiner Form Ja In diesem Fall würde ich jetzt erstmal sagen Ich glaube, wir haben Erstmal hier genug getan Jetzt ist es nochmal gelb Ah, okay Nein, will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht Irgendetwas müssen wir hier mit Sicherheit einstellen Aber ich habe noch absolut keine Ahnung Dann würde ich sagen, an dieser Stelle Wir haben schon wieder viel, so viel Zeit bei der Moonbeam verbracht Wir bewegen uns erst einmal Richtung Polizei Aber wir könnten im Moment eh noch nichts Großartiges hier anrichten Wir waren ja nicht hier, aber da wollen es ja eh nicht Wir waren doch bei den Kindern Ne, da waren wir doch drinnen Das wollte er ja nicht Das wollte er ja nicht Ich glaube, da können wir jetzt mit mir noch nichts reißen Hatten wir ihm doch gezeigt Ja, wir waren doch beim letzten Mal drinnen Ja, ist Quark, was ich jetzt hier mache Wir müssen mal schauen Wo wir jetzt noch irgendetwas Erstmal machen wir uns mal Zu uns Dann müssen wir mal unsere kleine Schnippisch Grace fragen Ob sie unsere Nachforschungen irgendwas anrichten konnte Nachrichten Oh, Forschung können wir auch nichts beantragen Nein Also hier ist mal absolut Ruhe Ja Wir könnten, da war ich mir nicht sicher Aber da hatten wir denn schon diesen Doktor irgendwas Im Museum nach dem Voodoo Code gefragt Was ist so dark in here? Ja Ja Dr. John? Hallo? Oh, oh Oh Ja Oh, was ist mal mit der Dienst? Was habe ich über Glück gehabt? Den hatte ich ja schon mal gesehen, den Schalter. Ich wollte ihn eigentlich nach dem Voodoo-Code fragen. Schön, ja. Ja, aber das habe ich doch versucht. Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht! Warum ist das noch offen? Warum ist das noch offen? Das habe ich doch probiert. Ich kann ja jedenfalls sagen, dass man versucht hat, die Schlange mich hat... Man hat versucht, mich mittels einer Schlange... Das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon beim letzten Mal. Also ich bin doch nicht blöd. Ja, Fall fortsetzen. Ja. Ne, da könnten wir ja nicht... Warum ist das jetzt noch gelb? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Ähm... Was hatten wir denn jetzt noch? Die Spur hatten wir doch aber auch gezeigt, oder? Das ist hier eine Hard-Rage-Notiz. Mostly. Gabriel hat bereits gewusst, dass ein legitime Voodoo-Cult in New Orleans existiert. Das hat er, aber er reagiert ja nicht drauf. Wie kann ich ihn jetzt dazu bewegen? Ja, und jetzt? Ja, das war jetzt schön Kling-Klön-Klang, Kling-Klön-Klang. Die Notizen hatten wir eben schon. Ach. Ja, das beweist nichts. Die Morde, Wolfgangs Brief, Brief von der Uhr. Ne, das ist ja auch noch mal... Das ist Armband vielleicht. Ich habe dieses Snake-Bracelet. Es ist eine Replika von einer, die in secret Voodoo-Ceremonien ein paar Jahre alt war. Wirklich? Was macht dich so? Ich habe es von einer alten Kreol-Lady, deren Großmutter war ein Acolyte von Marie Laveau. Gabriel, Gabriel. Wir bekommen diese kleinen alten Frauen hier immer alle Zeit. Das Bracelet ist wahrscheinlich nicht wahrlich. Und es würde nichts tun, wenn es so wäre. Gut, das funktioniert nicht. Was haben wir denn hier mit der Tätowierung von dem toten Crab? Ich habe dieses Tracing von einem Tattoo... Der Crash-Crab-Crash. Es ist mit dem Underworld-Voodoo-Kult. Ja, was macht dich daran denken? Es ist, was Crash gesagt hat, vor allem, dass er sterben hat. Er war wahrscheinlich von den Drücken, die er aufgeteilt hat. Wahrscheinlich hat er das in der Nase oder so. Nein, ich bin sicher, es ist mit dem Thema. Es ist ein Snake, siehst du? Ach, das ist ja schon wieder einfach. Er will nicht, er mag nicht. Gunters Tagesbuch, ich glaube, damit wird er jetzt relativ wenig anfangen können. Ja, das ist mir klar. So, der Brief von der Uhr wird auch nichts beweisen, ist wahrscheinlich... Wir haben doch schon alle. Jetzt haben wir den Professor, haben den Ring, Wolfgangs Nummer. Das rekonstruierte Wewe haben wir ihm doch auch schon in irgendeiner Form. Tja. Voodoo-Artikel. Ja, die Hartwich-Notitischen hatten wir schon. Doch das hatten wir ihm doch auch schon, das Wewe, oder? Ja, gut. Aber er mag nicht in irgendeiner Form anspringen. Ich habe ihm alle Beweise gezeigt. Ich will jetzt nicht schon wieder den zweiten Punkt aufmachen. Den zweiten Punkt aufmachen, oder die zweite Hilfestellung aufmachen. Was haben wir denn hier? Das war die Kneipe, das werden wir nicht brauchen. Museum, die Nummer sind wir gerade durch. Was wollen wir im Store jetzt? Da können wir irgendwie in irgendeiner Form nichts kaufen. Ach, shit, aber auch. Ich habe momentan absolut keine Ahnung, wo ich in irgendeiner Form hinfahren oder irgendwas machen sollte, wo es noch weitergeht. Da sitzt auch noch einer der Trommler rum. Aha, was haben wir hier? Den Stand von der komischen Wahrseite? Ja, 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 ist schon klar. Bank, Musik-Truppe, Zaun, Blumen. Hier ist definitiv auch nichts. Jetzt haben wir eh den Ausgang zur Karte. Ja, was soll ich auf dem Friedhof? Was soll ich auf dem Friedhof? Ach, Leute, es ist doch alles hier Hinweise. Dann schauen wir mal. Aber die Tode von Crash und Hartwich. Ja. Er wird dir sagen, was er braucht. Ja, er will irgendeinen Beweis haben. Aber was für einen Beweis will er denn haben? Erkläre in der Fall. Er wird dir sagen, was er von dir braucht. Ja, was, was er von... Er braucht irgendeinen Beweis. Bin ich denn blöd oder was oder wie? Gut, es hilft alles nix. Ja, hör jetzt. Ja, hör jetzt. Ja, hör jetzt. Wer, ich? Nichts. Warum? Du bist ein bisschen ein blöden Grün. Komm hier. Ein blöden Grün, du sagst? Charming. What's that on your face? I'm sure you'll tell me. Looks like a sparkly or something. Got it. I love it when you pick stuff off my face, Grace. Well, excuse me. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, hör mal auf. Ich habe jetzt wirklich, soweit ich weiß, sagt Mosley uns als nur, wir sollen noch einen Beweis bringen. Ich habe ihm alles vorgelegt, was ich hatte. Ich habe keine Ahnung in irgendeiner Form, was Mosley noch anderweitig haben möchte. Aber egal, da kümmern wir uns erst mal das nächste Mal drum. Ich könnte ja den Typen verkloppen, aber leider komme ich ja nicht an den Rand. Dann, für diese Folge, ha, was klingt, was ist denn hier? Das ist nur der Arschbecher, oder? Ist da irgendwas Besonderes? Nee. Für diese Folge beenden wir es erst mal. Wir sind nicht großartig weitergekommen. Bei Moonbeam haben wir noch ein paar Informationen. Mit der Maschine habe ich auch keine Ahnung, was ich die fragen soll. Die Hinweise sind traurig, absolut traurig. Ja, also da kann ich, Mosley wird dir sagen, ja, was er für die Ermittlungen hat. Er hat mir gesagt, er braucht Beweise. Ja, Beweise ist doch alles, Leute. Werden wir mal gucken. Vielleicht müssen wir nochmal zum Friedhof in der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Mit einem letzten Blick auf den Hintern von Grace verabschiede ich mich aus New Orleans in den Vereinigten Staaten rüber nach Deutschland im kalten, traurigen Grauen Dezember. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin macht's gut. Bye, bye und ciao. Irgendwie ist diese ganze Folge relativ unbefrieden gewesen. Erst mal konnten wir natürlich wieder Fragen stellen, die wir schon gestellt hatten. Bei Moonbeam, dann kamen wir zwar ein wenig weiter, konnten auch ihre Maschine befragen, aber wussten nur nicht, was wir dort eigentlich fragen sollten. Natürlich keine Ahnung, keine Anleitung, wie diese Maschine funktioniert. So, bei Mosley kommen wir auch nicht weiter. Ja, er will eine Spur von uns haben, drückt sich aber nicht genau aus, was für eine Spur. Wir haben ihm an sich alle Beweise und Fundstücke, die wir haben schon vorgelegt, aber das reicht nicht aus. Und letztendlich, ja, eine kurze Episode im Museum, wo uns die Schlange an den Hals wollte. Hat aber irgendwie auch nichts gebracht. Wir konnten zwar diesen komischen Schalter erreichen, war aber Glück, dass ich da einfach nur draufgeklickt habe. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Uns fehlt noch irgendwie der entscheidende Hinweis oder die entscheidende Spur. Und ich weiß noch nicht, wo ich die finden kann. Aber ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge wieder angehen. Hoffe euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.